Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Ich darf beide Trainer zu meiner rechten Begrüßen, Jeff Tomlinson und Henry Christ zu meiner Linken. Wie gewohnt übergebe ich das Wort zuerst an unseren Gästetrainer, Herr Tomlinson. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Guten Abend. Ich habe das Spiel so gesehen. Zwei gute Mannschaften haben ein sehr enger Spiel gemacht. Mannheim hat ganz einfach Scheiben zum Tor gebracht. Das war Wahnsinn, wie viele Tore oder Scheiben sie zum Tor gebracht haben heute. Und wir müssen auch davon lernen. Wir müssen unsere Offensiv einfacher machen. Diese Puck-Verlust haben uns Kraft gekostet. Aber das ist das Spiel. Wir sind unter so viel Druck bei Mannheim gewesen heute in der Offensivzone. Wir hatten keine Zeit schön zu spielen und wir müssen auch davon lernen, wie Mannheim das heute gemacht hat. Danke. Vielen Dank, Herr Tomlinson. Harry, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, guten Abend zusammen. Danke, Jeff. Das Ergebnis entspricht sicher nicht der Dramatik teilweise im Spiel und auch die Torchancen auf beiden Seiten. Ich fand, dass Rob Sepp heute sehr viel zu tun hat, hat auch sehr stark gespielt. Er war kaum bezwingbar. Wie Jeff gesagt hat, wir haben versucht, Scheiben zum Tor zu bringen. Nicht nur heute, sondern generell. Wir haben versucht, ihn in die Sicht zu nehmen. Wir haben versucht, unseren Nachschuss zu verwerten. Es ist heute einfach nicht gelungen. Aber die Mannschaft hat trotz dieser Wille, ein Tor zu schießen, nicht die Defensive aufgegeben. Klar, im zweiten Drittel haben wir ein paar Chancen zugelassen. Im Überzahl und da kam Felix Brückmann zur Stelle. Er hatte nicht so viel zu tun, aber das, was er zu tun hatte, war sehr wichtig und sehr brenzlig. Insgesamt war das ein hart umkämpftes Spiel, wie Jeff gesagt hat. Jedes Mal, wo wir Berlin begegnen, ist das immer mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Vorfreude. Weil die Jungs spielen gerne gegeneinander. Das sind zwei Topmannschaften. Und wie gesagt, es war ein gutes Spiel, ein hart umkämpftes Spiel. Ich hätte gerne ein paar Tore mehr gesehen. Ich glaube, ich spreche für viele Zuschauer. Aber insgesamt, wir haben nicht das Tore schießen auf Kosten der Defensive riskiert. Danke. Vielen Dank, Harry. Das war's von uns. Wir bedanken uns für Ihr Kommen. Wir wünschen unseren Gästen natürlich eine gute Heimreise. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, dem 11. Oktober um 19.30 Uhr. Dann ist der EHC Red Bull München zu Gast in der SAP Arena. Bis dahin, eine angenehme Woche. Ciao.